Ja hallo und herzlich willkommen zu einem News Update zum am 11. Juli 2019 erscheinenden Alpha 2 Update Dual Evolution zu Dual Universe. Ja mein letztes Video zur dann bald erscheinenden Version 0.16 ist ja gerade mal wenige Tage her, aber Novaquark hat mich persönlich ein bisschen damit überrascht, ganz kurz nach den letzten News noch weitere Informationen hinterher zu schieben. Und da möchte ich euch natürlich nicht bis zur Veröffentlichung der Alpha 2 Version warten lassen, bis es denn dann soweit ist mit einem weiteren News Video. Ich kann schon mal kurz sagen, neben der Tatsache Handel, eigene Märkte, wird es hier um eine ganz persönliche Möglichkeit zur Industrialisierung gehen. Da kommen wir dann aber gleich dazu. Ich bitte euch da noch um einen ganz kleinen Moment Geduld, weil vorher möchte ich euch gerne noch eine andere interessante Neuigkeit in eigener Sache präsentieren. Und zwar habe ich ganz frisch zwei Kanäle angelegt, über den Messenger Telegram könnt ihr die erreichen. Und zwar ist das einmal ein Informationskanal, wo ich dann immer mal wieder meine Videos reinposten werde oder vielleicht auch andere interessante Gedanken, die ich zu Dual Universe haben werde. Und daneben gibt es noch eine Diskussionsgruppe, auch in Telegram. Da werden zum einen die Informationen veröffentlicht, die ich in diesem Infokanal reinposte. Zum anderen habt ihr dort aber auch die Möglichkeit, euch in deutscher Sprache untereinander auszutauschen, Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen oder zukünftige Wünsche zu diskutieren. Und ihr habt die Möglichkeit, ihr habt es ja vielleicht in dem einen oder anderen von meinen Videos schon gesehen. Die bisherigen Dual Universe Infos stehen in der Infobox. Also auch das erste Video zum Alpha 2 Release könnt ihr euch da nochmal anschauen, damit ihr auch alle aktuellen Informationen zusammen habt. Und hin und wieder gab es ja da mal Leute, die einen Videokommentar abgegeben haben zum Beispiel oder einen Voice-Kommentar. Und da möchte ich euch die Möglichkeit geben, wenn ihr Bezug auf ein bestimmtes Video von mir nehmt, nicht nur zu kommentieren auf YouTube, sondern mir hier auch irgendetwas Audiovisuelles von euch zur Verfügung zu stellen. Und dass ich das dann hier auch in einem der nächsten Videos zeigen kann. Und wenn ihr da Lust drauf habt, die beiden Telegram-Links, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr die App auf eurem PC oder auf einem anderen Rechnersystem habt oder auf ihrem Handy, dann bräuchtet ihr die bloß anzuklicken, die beiden Links. Und seid dann dementsprechend gleich in diesen Gruppen drin. Wie gesagt, der Kanal nur rein für Infos, da kann man nicht drin schreiben. Oder der Diskussionskanal. Wenn ihr im Diskussionskanal seid, bekommt ihr die Informationen aus dem Infokanal jeweils dort automatisch. Und da würde ich mich sehr freuen, euch dann dort auf diesen Telegram-Kanälen begrüßen zu dürfen. Gut, kommen wir nun aber, will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Es soll ja ein kurzer Newsflash sein. Ich will mich ja jetzt hier auch nicht wieder stundenlang totquatschen. Also wie ich das gerade schon mal angedeutet habe, wird es so sein, dass es ein elementares Handwerkssystem gibt, um Gegenstände zu craften. Und das ist aber nicht einfach nur ein Handwerkssystem, in dem man einfach Gegenstände craftet. Ich meine, kann man ja jetzt schon mit Blaupausen Materialien sammeln, Gegenstände herstellen. Nein, dass eben auch die Möglichkeit besteht, dass man Fabriken bauen kann, die in einem Automatismus mit den Werkstoffen gefüttert werden, sozusagen. Um dann bestimmte Gegenstände in einer Art Massenproduktion herzustellen. Das habe ich auch ganz am Anfang schon mal gesagt, beziehungsweise in meinem ersten oder zweiten Video, als es um die Roadmap vom Dual Universe ging, dass sowas kommen wird. Nur habe ich da jetzt auch gar nicht mehr dran gedacht und dementsprechend bei dieser Neuigkeit überrascht. Und das Ganze, muss ich sagen, erinnert mich auch so ein bisschen an Satisfactory, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann euch da mal zwei Bilder zeigen, wie sowas denn in der Alpha 2 aussehen könnte. Vielmehr habe ich da noch nicht zur Verfügung. Also das scheint hier Fabrik- oder Lagergebäude im Außenbereich eines Planeten oder eines Fabrikkomplexes oder etwas Ähnlichem zu sein. Und hier haben wir dann nochmal innenliegende Produktionsstätten. Und es soll auf jeden Fall auch so sein, dass man verschiedene Elemente miteinander verknüpfen kann. Also zum Beispiel, dass, keine Ahnung, ihr braucht, um ein größeres Objekt herzustellen, vielleicht fünf oder sechs verschiedene Gegenstände, die dann von unterschiedlichen Apparaturen in diesem Industriekomplex produziert werden können, um dann ein Produkt herzustellen, das aus diesen ganzen anderen Elementen besteht, die eben auch vorher produziert werden müssen. Also das hört sich für mich schon nach einer ganz interessanten Geschichte an. Wenn wir mal wissen, wie sowas aussieht, kann sich ja mal ein Video, wie gesagt, zu Satisfactory angucken. Das kommt mir zumindestens hier sehr bekannt vor von den Verlautbarungen her. Was ich da bisher gehört habe, wie das Ganze dann im Detail aussieht. Gut, wir müssen ja nun keine zehn Tage mehr warten, wenn nichts dazwischen kommt. Dann werden wir ja genau wissen, was da auf uns zukommt oder auch nicht. Gut, nun wollen wir mal schauen, was Novaquark zu dieser Thematik offiziell zu sagen hat. Und zwar, also es gibt wohl Besonderheiten und Hauptziele, die verfolgt werden mit dieser neuen Systematik, die ab dem 11. Juli in der Alpha 2 Version Dual Evolution Einzug halten wird. Und zwar ging es den Kollegen von Novaquark wohl um die Erweiterung der Crafting-Systematik. Okay, das ist soweit nachvollziehbar. Vom Handbetrieb in die Automatisierung, um eben mehr Gameplay-Tiefe und Spielerentwicklung durch Crafting zu ermöglichen. Ja, es gibt ja wohl jetzt schon diesen Nano-Crafter, also man kann sich ja jetzt auch schon Gegenstände herstellen. Aber das hat Novaquark eben nicht ausgereicht. Und es soll eben auch Möglichkeiten geben, wohl auch über den Skillbau und die Spielerfähigkeiten, sich hier voll und ganz auf die Industrialisierung zu spezialisieren. Ja, und um so eben mit der Spezialisierung Leistungsstärkung und größere Fabriken zu bauen, ganze Branchen zu schaffen, also eine relativ umfangreiche Geschichte. So, und Novaquark wollte den Spielern sowohl die Fähigkeiten als auch die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die benötigt werden, um anderen Spielern das Bauen zu ermöglichen, als auch die Möglichkeit, deren Kräfte miteinander zu bündeln. Und klar, muss man das nicht unbedingt haben. Man kann auch weiterhin für sich selber einzelne Gegenstände herstellen. Aber Novaquark und auch mir ist natürlich klar, dass vielleicht nicht jeder Spieler immer den Willen, die Zeit und die Muße hat, sich jeden einzelnen Gegenstand, den er braucht, herzustellen. Und so, das habe ich ja im letzten Video schon mal ein bisschen erklärt, dass hier eigene Marktplätze entstehen können. Und wenn hinter dem eigenen Marktplatz natürlich ganze Fabrikkomplexe entstehen, dann kann man sich so im Kontext von Angebot und Nachfrage ja, da halt auch auf den Verkauf von industriellen Waren spezialisieren. Also es besteht die Möglichkeit, es ist wohl kein Muss. Wie so vieles im Spiel ist es eine Möglichkeit, sich zu spezialisieren, wenn man das denn möchte. Oder man partizipiert einfach nur davon, dass andere solche Industriekomplexe brauchen. Oder man schließt sich einer Gemeinschaft an mit entsprechend der Arbeitsteilung. Und ja, so ist es dann möglich, dass sowohl einzelne Spieler sich Stationen bauen können sollen, um vielleicht auch in kleineren Auflagen etwas zu produzieren. Aber es soll auch größeren Gruppen oder keine Ahnung, ob es größere Gruppen sein müssen. Da muss man mal abwarten, wie aufwendig die Entwicklung dieser Industrien sein wird. Aber auf jeden Fall soll Gruppen von Spielern die Möglichkeit und die Macht gegeben werden, die so eine Großindustrie auch mit sich bringen kann. Ja und im Detail wird es wohl so aussehen. Also es müssen Industrie-Elemente zusammen und Container zusammengebaut werden. Da gibt es eben sogenannte Eingangs- und Ausgangsbehälter. Input, Output und dazwischen Put-Put. Na klar, ich schütte was rein. Drinnen wird irgendwas gemacht. Und hinten kommt irgendwie etwas raus. Und es besteht wohl die Möglichkeit dieser Gesamtsystematik, eine Blaupause, also ein Rezept mitzugeben und zu sagen, dieser Industriekomplex soll den folgenden Gegenstand bauen. Die Frage ist natürlich, wie komplex es sein wird, dass, was denn so ein Industriekomplex herstellen kann. Also ich stelle mir da extrem mannigfaltige Möglichkeiten vor. Hier als Beispiel hat Novaquark angegeben, man könnte zum Beispiel Motoren herstellen aus verschiedenen Elementen. Ganz am Ende kommen Motoren raus. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so etwas gibt wie automatisierte Raumwerften oder Fabriken für Bodenfahrzeuge, Unterwasserfahrzeuge, Waffen und so weiter, dass man solche komplett verkaufbaren oder teuer verkaufbaren Gegenstände durch das Zusammenspiel von vielen Personen ja eben in einer Massenfertigung dann dem Markt anbieten kann und so vielleicht auch Sachen herstellen kann, wo ein einzelner Spieler gar nicht so die Muße hat, sich das ja irgendwo zusammenbauen zu wollen manuell. Wobei mir hier eine Sache noch nicht ganz klar ist. Ich hatte es zumindest bisher so verstanden, dass das bisherige Crafting-System so funktioniert, dass ich mir jedwege Blaupause nehmen kann, habe die Materialien und kann es dann auf einen Schlag bauen. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche und man nur bestimmte Gegenstände dort bauen kann, um diese dann manuell zusammenzufügen, wie zum Beispiel in diesem Gameplay-Video, wo ich, dass ich euch mal gezeigt habe, wo ein Hovercraft gebaut wird, dass man es eben so machen muss und es dann vielleicht in so einer Großindustrie andere Möglichkeiten gibt, die man so als Einzelperson gar nicht hat. Ansonsten würde das relativ wenig Sinn ergeben. Also Sinn ergibt eigentlich nur, dass man in dieser Großindustrie dann auch komplexere Objekte in Serienproduktion herstellen kann. Ja, und es ist dann so, diese verschiedenen Container-Input-Output-Industrieanlagen, die werden dann eben, so wie ich es gerade schon angedeutet habe, zu einem Industriekomplex verbunden. Und dieser Industriekomplex ist dann eben eine massive Kette von Industrieelementen und Produkten, die da hergestellt und die miteinander verbunden sind. Und das Ergebnis ist dann, ja, die Produktion von so ziemlich allem, was man will. Also da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Aber es passt ja auch zum Konzept von Novaquark. Hier habt ihr die Werkzeuge, ansonsten geben wir euch keine Einschränkungen. So, Novaquark hat hier auch mal wohl ein Beispiel gemacht, mit Roherz gefüllten Behältern, so mit einem Element für die Raffinerieindustrie verbunden, dass das Erz rein veredelt und dann in einen anderen Behälter übergibt. Und dass diese Elemente dann mit Verknüpfungstools miteinander verbunden werden können. So wie das jetzt auch schon möglich ist. Und wenn ich es richtig verstehe, dann kann das dieser Industriekomplex eben auch automatisiert hinbringen. Und ja, also ich will da jetzt auch nicht zu sehr auf alle Wenn und Abersten Kombinationsmöglichkeiten angehen. Ein bisschen was möchte ich auch noch eurer Fantasie überlassen und dem, was wir ja dann am 11. Juli alle zu sehen bekommen werden. Ich hoffe sehr, dass es bis dahin vielleicht auch noch mal einen Launch-Trailer oder irgendwelche Gameplay-Sequenzen gibt, dass ich euch da auch noch ein bisschen was zeigen kann. So, dann gibt es wohl in der Oberfläche ein paar neue Aktionen und Funktionen. Das ist aber auch ganz klar, wenn ich hier eine komplette Großindustrie aufbauen will, dann brauche ich natürlich auch neue Optionen. Gut, ja klar, es geht damit los, dass ich ein Rezept auswähle oder eine Blaupause auswähle, dass ich dann gucke, was brauche ich für Materialien, welche Prozesse müssen hier in welcher Reihenfolge stattfinden. Und wenn man dann letztendlich alles zusammengebaut hat, dann gibt es einen Startknopf und damit gibt man dann im Prinzip den Startschuss für die Massenproduktion. Man kann zwischendurch wohl auch noch mal umbauen, Details noch mal ändern, Materialien umplatzieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es da dementsprechend in diesen Industrieanlagen einen Vorschrittsbalken, wo man daran erkennen kann, wie denn der aktuelle Fortschritt im Produktionslauf ist. So und damit eben das ganze Handwerkszeug an die Hand zu bekommen, um unsere eigene Industrialisierung nachzuerleben oder auch ganz neu zu erfinden. Es kann auch Störungen geben innerhalb der Industrieanlage, ist natürlich auch klar. Es kann irgendwo was kaputt gehen, es können irgendwo Materialien ausgehen. Es kann sein, dass bestimmte Komponenten nicht rechtzeitig nachproduziert werden. Und ja, wo man sich dann eben mit den Störungen auseinandersetzen und diese beseitigen muss. Also ich sehe da schon Möglichkeiten für Fabrikleiter, Fabrikarbeiter, Vorarbeiter, die die Maschinen kontrollieren. Also hier wird sicherlich ein ganzer Zweig an möglichen Jobs auch im Spiel entstehen. Eine für mich sehr spannende Geschichte. Und ich denke mal, dass auch die Entwicklung macht ja nicht Halt am 11. Juli, dass wir vielleicht auch innerhalb der Alpha 2 nochmal mit der ein oder anderen Anpassung, dem ein oder anderen Update oder der ein oder anderen hinzugefügten Funktion rechnen können. Soweit das Update zur Alpha 2 Version von Dual Universe, die am 11. Juli erscheint. Wie gesagt, ich würde mich freuen, ihr schaut mal auf Telegram vorbei oder lasst auch einen Kommentar hier unter diesem Video. Heute werde ich mal keine Kommentare zeigen und bearbeiten. Das werde ich erst bei dem nächsten größeren Video machen. Das wahrscheinlich, aber ich sage immer wahrscheinlich. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, nachdem die Alpha 2 Version raus ist oder es ein Launch-Trail oder ähnliches gibt und morgen oder übermorgen haut Novaquark wieder einen raus und ich mache doch wieder ein Video. Also nehmt das nicht so ernst. Ich nehme die Videos und ich nehme die Infos so, wie sie fallen und versuche euch dann dementsprechend auch so zeitnah wie möglich zu informieren. Und wenn euch sowas gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr auch kein neues Video, keine Premiere, keinen Livestream, whatever verpassen wollt, dann klingelt auch gerne das Glöckchen, damit ihr immer eine entsprechende Information auch bekommt. Und ich würde mich noch freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob euch mal ein Livestream zu Duel Universe interessieren würde. Allerdings nicht Gameplay, sondern Talk, Frage und Antwort und miteinander diskutieren. Das würde ich dann vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten mal durchführen, wenn ihr mir sagt, dass ihr sowas gerne haben möchtet. Gut, das soll es nun aber wirklich für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.